Hi Leute und Willkommen zur ersten Folge. Ich habe es angekündigt vor ein paar Tage Assassin's Creed. New Game. Ich mache auf easy. Ich spiele gerade zum ersten Mal Assassin's Creed. Was mich etwas stört ist ein bisschen der Ton. Es ist schon etwas laut. Und was das hier oben ist, ich weiß es nicht. Ich kriege es nicht weg. Hallo? Oh, okay. Ich muss gut verteilen. Nein. Vielen Dank. Ist etwas leise. Es 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 ist etwas leise. Was hat er denn für mögliche Schild? Ja, den hat er erwischt. Was soll ich jetzt machen? Ich möchte aber um ehrlich zu sein lieber ein Schwert benutzen. Was ich auch machen wollte? Bisschen Tonlauter. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, ich konnte... Ah, okay. Das ist gut zu wissen. Oh, Map. Ich guck mir mal die Map an. Nein, die möchte ich nicht machen. Jo, wie riesig ist denn die Map? Oh Gott. Oh Gott, ist es riesig. Oh Gott. 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 Sind doch richtig? I. Ich bin ja auch wieder dabei. Ja moin. Die waren ja schnell weg. Ach, und was er gesagt hat, was ich vielleicht sagen sollte, war, diese Scarabons, die müssen doch irgendwo herkommen, wenn ich mich die tue. Ach so. Oh. Oh. Äh. Eins. Okay. Halt. Okay. Ist einfach nur die komische Steuerung, die, und dem muss ich mich gewöhnen. Ich bin ja in der Minecraft-Steuerung, deswegen drück ich die ganze Zeit. Ähm. Das muss ich Jahrzehnte auf Jahrzehnte gebaut haben. Okay. Ich spiele das, äh, ist das das Geht zum ersten Mal, deswegen kann ich das jetzt so, um ehrlich zu sein, kaum erklären. Okay. Die Rechte des Ancients. Wartet mal, Leute, ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Äh, so, Leute, ich wollte nämlich was austesten. Ja, es geht. Weil, hier, weil mein Freund hat mir gesagt, es ist besser, wer die Steuerung auf dem, wie heißt noch mal. Okay, jetzt muss ich nur alles herausfinden. Okay. Okay. Ich muss nur kurz alles wieder herausfinden. Perfekt. So. Warte. Von da komme ich. Ich muss da lang. Wow. So, da komm. So, wie soll ich jetzt da hochkommen? Achso. Oh. Oh, ich kann es looten. Entschuldige mich, großer Moon. Ich habe nichts davon. Das ist. Wow. Viel Goldstücke. Und hier ist eine ganze, was weiß ich wie viele. Ich glaube, hier sind überall noch mehr als sechs Goldstücke. Ganz ehrlich. Ist hier skandalös. Okay, du, okay, so, jetzt hat die Frage, wie ich da hochkomme. Wie komme ich hier jetzt raus? Ah, damit kann ich schneller laufen, gut zu wissen. Warte, was ist eigentlich, kann ich hier drauf? Ich weiß jetzt nicht, ob ich damit schneller bin oder langsamer. Hier müsste ich doch irgendwie hochkommen. Wusste ich's doch. X, climb up. X, jump. Perfekt. Oh Gott, perfekt. Oh, da oben. Die Frage ist jetzt... Klein. Klein mal. Ich stelle auch jeden Tag so eine Statue hoch. Jeden Tag. Morgen Mittags und Abends. Dies ist der Schwarz. Jetzt geht's. Hä, was soll ich jetzt hier tun? Soll ich vielleicht dorthin gehen? Oh, das ist der Schwarz. Oh, das ist der Schwarz. Oh. Freiheit. Freiheit. Los, 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 los. Das ist mein Freund. Den, der sich töten kann, ist gut, gut zu wissen. Gut. Ich sehe, du hast neue Freunde gemacht. Ich sehe etwas, mein Freund. Es ist eine gute Sache, dass ich dich herzlich willkommen bin, hm? Es sind Monate. Schau an diese Scheibe, hm? Es ist fast ein Jahr, mein Freund. Es war gut, dass du rauskriegst. Ich bin aus der Praxis. In Siwa everyone differs to the soldiers on pain of death, or worse. Ich habe einen in dem Masked once. Der Heron. Der Heron. Der Heron. Es ist eine lange Straße. Du brauchst dich? Nein. Nein. Nichts. Nichts, bis alle die Masked-Wans'-Guts liegen in der Sand. Gott. Ich habe dich verloren. Wo ist dein Mund? Wo ist dein Mund? Okay. Okay. Okay, dann würde ich sagen, das war's für die erste Folge und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.